Geh voraus, Meili! Bibliozi! Mit vielen Meilen pro Stunde! Ha! Ha! Mit vielen Meilies pro Stunde! Das Ding hat noch einen zweiten Stockwerk gehabt, aber egal. Das ist egal, dann muss man wieder neben dem Ekligen sitzen. Aber hier ist... Loot! Was? Die Kiste kriegen wir nicht auf, oder was? Nicht, wenn ich die Knappen brauche. Kannst du ausprobieren? Lass mich mal... Den Gott in den Scheiß. Den Gott geht doch nicht so weit weg! Pisi, Pisi! Lass mich ins Pisi! Sieh was aus! Und da ist Schrott drin gewesen. So nimmt keiner die ganzen Flaschen mit! Oder den Spiel! Oder dieses Buch! Wo ist ein Buch? Hey! Buch her! Ja, worum lootest denn du nicht? Jetzt habe ich ein Buch! Das wird mein Tagebuch! Lass mich die Falle entschärfen! Wir entschärfen nicht die Falle! Die Falle entschärft uns! Oh no! Kaboom! Ähm, ich habe eine Szene! Was für eine Szene um ihn? Was ist da los? Du hast mein Buch geklaut! Oh! 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 Die Falle entschärfen! Oh! 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 Oh no! Oh wow! Oh no! Das ist wirklich interessant. Mein Baby vine. Mein Baby vine. Da liegt noch ein Buch. Wo? Wie macht man den? Wie macht man den? Wie? Wie macht man den? Oh mein. Das muss sein, was bleibt. Ich hab schon 60 Kilo Bücher. Also von daher. Muss ich immer noch mit der Scheiß-Latanne rumlaufen? Ja. Hm. Wie soll ich hier irgendein Buch herbekommen? Hier? Haben wir das Buch gerade nicht gelesen? Ist es nicht das gewesen? Was ist das? Die Madelins Hauptbuch haben wir doch schon längst. Das haben wir schon? Ja, ich hab's im Inventar. Also, ja. So. Na gut, okay. Kommt man hier irgendwo hin? Stimmt, ich glaube, hier kann man irgendwie auf das zweite... Nee, kann man nicht. Da ist immer ein Buch. Die Karabane. Weiter. So. Ja gut. Die Karabane. Dann müssen wir jetzt ja noch irgendwie in den zweiten Stock kommen. Ja. Sie sehen aus, als hätte ich einen kleinen Hut auf. Schuhe? Voll süß. Was für Pilze? Die ich im Kumpenblatt haben. Von unserer Symbiose. Wieso haben sie Pilze auf dem Kopf? Weil wir Symbiose sind. Weil wir Symbiose sind. Ja. Der Lars auf was wird. Wirklichkeit. Okay. Selbst in Beides geht. Der Fungus breitet sich aus. Der Fungus breitet sich aus. Wenn du... Wenn jemand sie angreift, dann wird... Sie nur die Hälfte von Attackpunkten bekommen. Und ich die andere Hälfte. Hm. Was ist inside? So viel mehr gibt es jetzt auch nicht, ne? Hä, bist du doof? Oh mein Gott. Wie kann man nur so... Wie kann man nur so doof sein? Wie kann man nur so doof sein? Oder? Gibt es hier noch was? I don't know. Ich weiß nicht. Jede Menge Krüge, die du mal mitnehmen kannst. Hm. Ich bin da hinten. Ich schlafe mal einmal einen Trickverboten aufgehoben. Juhu. Ich habe aufgeräumt. Hier geht es noch hoch. Mal wie? Wir müssen einmal raus und dann rechts. Ah. Das andere raus. Oh mein Gott. Das andere raus. 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 Hier ist ein Schlüssel. Wo ist ein Schlüssel? Wo ist ein Schlüssel? Links von dir, im Regal, liegt einer. Wo hast du? Eins. Und hier? Ja, no. Das Witzige ist, jeder wird es dir eh klauen, wenn das passende Schloss irgendwo gefunden wird. Richtig. Ja, ja, ja. Was ist hier los? No. Wer hängt hinten dran? Mir muss zurückkommen. Komm. Du bist da? Naja. Ja, ja. Ich habe Buren. Ich weiß hier. Ich habe hinten dran. Ich muss zurückkommen. Du bist da? Ja, ja. Ich kann weit. Du bist da. Ich muss da. Mami. Mami, ich tue das noch hoch. die karte gucken wo ich jetzt was ist vor allem wir stehen hier in einer brücke wir hätten da drinnen stehen bleiben können die die kisten luten können ja na ja die rumlarum sage ich ja immer ne ich müsste schon drauf vor hat also ja okay kisten luten kisten hier ist noch eine ölflasche hinterm ich glaube hier gibt es gar nicht mehr drauf hinter ich weiß nicht was gibt es hier noch ich habe gerade erst angefangen habe zu looten ein paar flaschen hier ist noch eine große flasche spielten wir den bedürftigen den bedürftigen ja das hört sich immer an die ja dann einfach nach norden nach norden links ist ein ich habe keine ahnung ob der was bringt ich habe eine lebärne gefunden was ist hier links links ist ein wegweiser ach so kann man gucken ich weiß was das ist ich nehme mal hier an war eine bank startzieren rein was zu interesse könnte man jetzt einfach nach baldos gate gehen und einfach ja sollte gehen oder sony geht nicht geht nicht weil der weg blockiert ist durch die armee oder so ist es gibt eine plattform da kannst du nämlich auf die ganze was auch immer am das ist dieser komische es gibt diese armee wir konnten uns leichter mit der reden können jetzt ist sie so bist du wirst warte warte bereit läuft er nicht hin läuft er weg losie kdi wem sage ich gehe da nicht hin ja ja wirklich wir halten sie sich aus ich bleib mal du lucia du hast gewissen ok Will Will komm schon du schaffst das los Will meine Kamera ist gerade voll verbrockt ich hoppe immer hier hin hoppe hoppe reiter so laufen wir hier hin warum ist das kein Ziel natürlich ist das ein Ziel Will stell dich mal bitte nicht so an aber ich kann nicht vorbei weil oh mein Gott diese fette Riesenbrücke und ich kann nicht an Tunix oder an Uni vorbeilaufen natürlich nicht holen ein Schelm wäre böse ich denke wie jetzt und jetzt kann ich nicht mehr attackieren oder was schon das hat ihm alles abverlangt er sitzt er steht unten und schießt über die Brücke hinweg ja what the fuck ich gleich gibt's auf die Fresse das hat ja viel gebracht wer kann man da schießen ja und geht in den selbst was die schießen die schießen durch Wände und mein Feuer das ich eigentlich nur nach oben gecastet habe ist auch unten warum auch immer nein jetzt attackier die noch hier kritischer Wehschlag kritischer Wehschlag kann man wer ist nackt das hast du doch auch gehört wer ist nackt das ist mir grad hängen geblieben wer ist nackt h accumulate rufb hey Rufb das ist ein Already right wir wir gucken Ich hasse diese Fischer, ne? Ich bin in Glickspie. Ich habe meine Alerts noch gar nicht eingestellt. Noch nicht, oder? Ich habe die Beste noch nicht eingestellt. Das ist ein Pain in die Eis. Was machen wir hier? Ich habe die Herde meines Reden. Was machen wir mit den Dranken? Okay. Ah. Ah ja. Wisst ihr, als ich mit Will da oben auf diese Brücke drauf schießen wollte, dann hieß es, der Weg ist unterbrochen. Ich habe nur gesagt, für den Rekord. Ach und ich kann hier auch nicht. Das ist ja eine Frechheit. Woher bin ich? Nicht so schnell. Hallo. Was? Du, du, du. Du nicht diesen. So. Ah, das ist ja nicht schön. Ach so. Hm, ich habe keine Bewegungsrate. Natürlich nicht. Sorry, wenn ich jetzt gleich Kumpelblasen im Weg stehe. Oder Kiddy. Ich habe keine Bewegungsrate. Ah! Ah! Was muss ich verlieren? Ah! Ah! Ja, ich habe meine Latjana gerade eingeworfen, damit ich endlich mal wieder was lange und starkes in die Hand nehmen kann. So. Und dann lässt du die Latjana los? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tschuldigung. Ich muss hier hin. Na, na, dein Feuer tut dir auch weh, möchte ich nochmal so sagen. Ich weiß, ich habe gedacht, sie schmeißt diese Attacke und die läuft da nicht hin, um sie anzupacken. Oha! Ich bin aber nicht fix. Haha, du Lusier. Haha, sie hat den größeren Fehler gemacht. Hihi. So, wen haben wir denn hier noch überhaupt? Den da unten, der ist eh gleich tot, nein? Ha, lachen. Ein bisschen Leben zu geben, wenn ich nicht. Warum ist Will immer so trantütig? Oh meine. Auch noch ein Fehlschlag, Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist Will für you. Jetzt ist es ja. Aber die Musikuntermalung ist doch gut hier. Tragisch. Es hat gesessen. oh ja und noch ein oh no kala nein nicht wenn ich gleich dran bin vielleicht kann auch der das feuer gecastet hat das wegnehmen dann stirbt ich habe gesagt die soll sich auch das hat seine gefühle jetzt wirklich was war das denn für eine attacke ja Ich auch gut. So, ich kann nichts mehr machen, weil ich... Weil ich halt mir leid, wo sie doch so lag. So, ich kann nichts mehr machen, weil ich mich weggeschlörert habe. Okay, well, jetzt lass uns mal was Wissenvolles tun. Hast du gerade Wissenvolle in einem Satz genommen? Ich würde gerade sagen. Ich habe vollstes Vertrauen in ihn, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Du mein gut. Der kann seinen Namen tanzen. Ich meine, der Himmel, den er trägt, der passt sehr gut zu ihm. Ja, oder? Und du kriegst auch einen Fett. Und du kriegst einen Fett. Okay. Jedes Mal, wenn ich mit ihm angreifen will, braucht er einmal fünf Minuten. Okay. Okay. Ich habe das süßeste Kitschen auf der Welt. Okay. 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 Ich bin sehr gut bei Fehlschlägen. Danke. Und du schnuss. Und du schnuss! Und du schnuss! Und du schnuss! Und du schnuss! Oh nein! Und du schnuss! Ich bin noch ein Glückspilz. Ich bin noch ein Glückspilz. Ich bin einfach gestorben. Das waren wir in der letzten Worte. Das kommt doch mal ein Grabstein. Ich bin noch ein Glückspilz. Oh mein. So Leute, jetzt wird es aber Zeit, dass wir mal hier ernst machen. Ah ja. Heiligtum, natürlich ja. Die Heiligtum. Ja klar. Ja klar. Drei mal. Waaaah. Waaah. Waaah, waaah. 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 Oh, die hat hier. Blutleer. Oh mein Gott, zählpfei, das werde ich alles meine erzählen. Er hat das Blut genuckelt. Ja. Ja, Giddy? Alles so weit weg, right? Ob ich nicht über den scheiß Zaun gucken kann, ich weiß nicht. Aber die anderen können alle über die Brücke gucken. Ja, ja. Oh, sieh mal. Ich bin so ein Feuer bei Google. Und schon wieder will.